Sag mal, hast du viel über die Berliner Halle gelesen? Nee, nicht so ganz viel, sondern eher im Fernsehen mitgeguckt. Aber es laufen viele tolle Filme, finde ich. Ich möchte auf jeden Fall Transit gucken. Transit spielt in Marseille und ist nach einem Roman von Anna Segers geschrieben. Stimmt, da habe ich auch Ausschnitte gesehen. Toll. Also A, möchte ich total gerne nach Marseille fahren. Und dann dachte ich, das Tolle in diesem kulturellen Bereich ist, dass die Sachen sich so leicht verzahnen und so ineinandergreifen. Das finde ich wunderbar. Stimmt.